Ich würde das nie als beobachten bezeichnen. Oh, hallo. Jetzt geh ich hier nochmal rein. Das ist auch so ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Wir müssen ein Schloss finden. Ob das, wie das sein könnte. Stirb! Lockpick-Attempt. Da hat sie es wohl versucht, hä? Warum sollte die gefährlich sein? Krass. Das ist schon krass. Gehen wir weiter. Facility Unsafe. Ich habe die Saat des Feuers gesehen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freilich ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Wahnsinn. Ich hätte hier anscheinend irgendwie drin gewohnt. Ich hätte hier das mit den Zahlen gemacht. Kleiderraum. Da müssen wir hin. Wollen wir mal. Okay. Da ist sie. Das ist sie. Ah, die kann uns hier durch nicht sehen. Oh, wie schön. Was zum Teufel hat sie? Oh, schon ist die Piepschur vorbei. Dining Room. Was für eine riesige Anlage. Nur für sie. Oh, was ist... Oh, oh. Die kann wirklich... Zeit reißen. Das sah fast so aus wie die 80er Jahre. Frankreich. Wow. Dieser Job wird immer mieser. Du sagst es. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. hm. Da ist was dran. Vielleicht aber auch nicht. Bibliothek. Heiliger Scheiße. Okay. Ich schaff das. Ja, wir sollten schleunig's hoch. Ich finde, die sind brutal. Geht, geht, geht. Hallo. Wow. Und auf einmal haben wir die Lösung. Was zum Teufel schwackt ihr so rum? Aber, ey, was ist mit mir? Lässt ihr mich einfach hier stehen? Schon unterwegs. Er passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ich bin hier. Ich bin hier. Die wollen uns hier alle zum Absturz bringen. Natürlich. Woher hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Wow! Hallo! Du Scheiße! Fuck, wir müssen irgendwie raus. Äh, du kannst zuerst gehen. Spring ich einfach. Sei vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Schnell! Schon da, schon da. Weg da, lass mich mal. Wie kommen wir hier runter? Das ist doch der eigentliche Plan. Wow! Komm schon, hack dich ein. Wahnsinn! Unglaublich! Geht die Reise hin? Boah, die ganze Statut zerfällt! Meine Rede! Das ist der pure Wahnsinn! Boah, direkt gepackt! Da war der Druck wohl zu groß. Das Vieh passt quasi auf Elisabeth auf. Was zum... Nicht wirklich, ne? Ich bin hier! Nein, eine Ausmachung! Sag mir was ich von ihr wald! Auf diese Tür! Sofort! Anna! 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 Battleship Bay! Anna! Anna! Nein! Ich bin's! Elisabeth! Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden! Hier! Moment! Es geht schon! Sie wären fast ertrunken! Ich sagte, es geht schon! Ich... Ich brauche nur einen Moment! Hören Sie das? Das ist Musik! Genau! Ich muss... Ich muss nur... Okay! Ich bleib nicht lang! Ich bleib nicht lang, Mr. Durit! Wieso lässt er sie alleine? Wieso lässt er sie alleine? Wo ist sie? Na ja, weg! Wo ist sie? Wow! Egal wo man ist, man sagt immer nur wow! Das ist Wahnsinn! Genau klauen wir erstmal ein bisschen! Tja, ich kann meine Salze nicht anwenden! Die Idee wäre es wert! Schick gemacht! Wow! Klasse, klasse! Na, wen haben wir denn hier? Ist doch alles schwindel! Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit! Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit! So sieht das aus! Arbeiter werden hier wieder beschissen! Battleship Bay! Und da hinten ist quasi... Da fährt man quasi runter! Aber da ist die Musik! Da sollte man checken gehen! Oh, die gehen ab! Da ist sie ja! Kleine! Einfach mal mit abgehen! Könntest du... Yeah! Komm! Hey! Hör auf damit! Hey, Kleine! Kleine! Elizabeth! Oh! Oh, das ist wundervoll! Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt! Ich tanze nicht! Los, komm jetzt! Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja... Wie wäre es mit Paris? Paris? Wie... Ich verstehe nicht! Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin! Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir! Kommen Sie! Los! Jetzt auf der Stelle!